Nachdenkseiten Die kritische Website Ukraine-Konflikt – Wie Medien die Realität auf den Kopf stellen Von Tobias Riegel Viele Journalisten beschreiben die aktuelle Zuspitzung als Eskalation von russischer Seite. Dieser medienübergreifende Tenor führt die Bürger in die Irre. Die aktuelle Berichterstattung vom Ukraine-Konflikt ist ein weiteres Beispiel massiver Manipulation. Angesichts der aktuellen Eskalation an der russisch-ukrainischen Grenze läuft ein Meinungskampf über die Deutung der Vorgänge und um die Zuschreibung der Verantwortlichen. Die realen Hintergründe der Vorgänge, nämlich eine massive Eskalation von westlicher Seite, hat gerade Rainer Braun auf den Nachdenkseiten in dem Artikel Ukraine – Stehen wir vor dem nächsten großen Krieg – beschrieben. Eine Chronologie der Eskalation hat Thomas Röper verfasst. Unter vielen anderen Aspekten werden in den Artikeln etwa innerukrainische Aufrüstungen und Eskalationen sowie NATO-Übungen in der Region thematisiert. Sind die Aggressoren die Opfer? Angesichts dieser Hintergründe ist die aktuelle Berichterstattung in vielen großen deutschen Medien sehr irreführend. Die Realität wird praktisch auf den Kopf gestellt. Vor allem durch das Mittel der Verkürzung, das man bereits vom Syrien-Konflikt oder von der Berichterstattung zu den politischen Folgen des Maidan-Umsturzes kennt. Viele Medien verschweigen westliche Eskalationen und skandalisieren ausschließlich die russischen Reaktionen darauf, die dann zum Angriff umgedeutet werden. Man ist aktuell Zeuge einer, wie Rainer Braun schreibt, kampagnenhaften geradezu primitiven Verurteilung Russlands. Wenn unsere Leser positive Gegenbeispiele entdecken konnten, wären wir über einen Hinweis dankbar. Nach der Verweigerung der Ausgewogenheit vieler großer Medien beim Thema Corona ist die aktuelle Berichterstattung zum Ukraine-Konflikt ein weiteres Beispiel massiver Manipulation. Allumfassende antirussische Meinungsmache in vielen Medien Es folgt eine unvollständige und beispielhafte Auswahl an fragwürdigen Medienbeiträgen. Hier sei betont, dass auch führende deutsche Politiker in den Chor einstimmen und damit auch gegen deutsche Interessen handeln. Diese Interessen liegen eindeutig in einer friedlichen Koexistenz mit Russland. Dass man sich mit der Vertretung dieser Meinung nicht mit allen Standpunkten und Handlungen der russischen Regierung gemein macht, ist selbstverständlich. Dennoch unterstützen Teile der deutschen Politik ebenfalls die aktuellen einseitigen Schuldzuweisungen. So fordert etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel nun gemeinsam mit US-Präsident Joe Biden einen wohl einseitigen russischen Truppenabzug. Die antirussische Meinungsmache in den Medien ist aktuell, einmal mehr, allumfassend und von einem weitgehend medienübergreifenden Tenor geprägt. Als ein Beispiel dieses Tenors kann etwa auf den Artikel »Russischer Militäraufmarsch« die schleichende Annexion in der Süddeutschen Zeitung verwiesen werden. Hier wird die russische Reaktion auf die von Russland nur konstruierte westliche Eskalation als mögliches Wahlkampfmanöver des russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnet. Zitat Im September steht die nächste Parlamentswahl an. Putin könnte deshalb zu einem allzeit bewährten Werkzeug greifen. Ein kleiner, siegreicher Krieg wird die Popularität schon befördern. Zitat Ende Angebliche Aggressionen des Westens werden konstruiert Die Süddeutsche Zeitung SZ erklärt zudem das Abkommen von Minsk indirekt für beendet, der Westen tue aber so, als gäbe es einen Friedensprozess. Bezüglich der Anstifter der aktuellen Eskalation schreibt die SZ in Umkehrung der Realität, Zitat Seit Monaten nimmt die dafür notwendige propagandistische Vorbereitung an Fahrt auf. Russlands Aufmarsch wird verschwiegen, angebliche Aggressionen der Ukrainer und des Westens werden konstruiert. Zitat Ende Zudem erklärt die SZ, dass ein Festhalten am Friedensprozess gegen die ukrainischen Interessen verstoße. Zitat Ende Friedensprozess ist eine Illusion Denn, so die SZ, Zitat Doch der Minsker Prozess ist eine Illusion, verkündet aus politischer Opportunität, gepflegt in Berlin oder Paris, um die harte Entscheidung über den eigentlich notwendigen Umgang mit Moskau zu vermeiden. Zitat Ende Wenn man den Weg des Friedensprozesses also nicht weiterverfolgen soll, wie sähe laut SZ der eigentlich notwendige Umgang mit Moskau aus? Deutschland müsse sich den Eskalationen und der neuen Härte der USA anschließen. Zitat Putin, der Gelegenheitsdieb Der Tagesspiegel bezeichnet Putin in einem verlinkten Artikel als Gelegenheitsdieb und fährt fort. Zitat Er, Putin, greift zu, wenn es günstig scheint. Höchste Zeit also, dass die Kanzlerin mit anderen westlichen Partnern ein großes Preisschild aufstellt, das deutlich macht, neue Gewalt gegen die Ukraine wird ihn teuer zu stehen kommen. Zitat Ende Auf Tagesschau.de kann Susan Stewart von der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin behaupten, Zitat Tagesschau.de Die russische Regierung macht ihrerseits der ukrainischen Regierung Vorwürfe. Sie sei es, die aktuell im Konflikt im Osten des Landes zündele, so dass Russland gegebenenfalls die Interessen seiner Bürger in der Region schützen müsse. Wie stichhaltig ist dieser Vorwurf? Stewart Zitat Ende In einem anderen Bericht der Tagesschau wird immerhin festgestellt, dass es die ukrainische Regierung in Kiew war, die 2014 mit einer Antiterroroperation den Krieg in der Ostukraine begann und eskalierte. Nicht nur eine angeblich einseitige russische militärische Eskalation wird skandalisiert. Es hat den Anschein, als müsse nun alles, was russisch ist, mit einem Bann belegt werden, darunter auch der Impfstoff Sputnik V oder die deutschen Interessen entsprechende Pipeline Nord Stream 2. Bei Nord Stream 2 ist bisher bei einigen deutschen Politikern eine gewisse Standhaftigkeit zu beobachten, die der intensiven Meinungsmache durch viele Journalisten und Politiker, hier vor allem von den Grünen, noch widerstehen. Und das, obwohl die USA laut Tagesspiegel Nord Stream 2 um jeden Preis verhindern wollen. Dass zu den Pipeline-Gegnern genutzten Mitteln angeblich auch regelmäßige Provokationen durch ausländische zivile und militärische Schiffe gegen die Pipeline gehören, berichtet der österreichische Kurier. Umso alarmierender sind nun die aktuellen Äußerungen der deutschen Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, die sich nach einem Treffen mit ihrem US-Amtskollegen Lloyd Austin offen für einen Aufschub des Baus der fast fertiggestellten Pipeline zeigte. Diese Frage kann man sich stellen. Der Brandstifter spielt Feuerwehr Gegen den russischen Impfstoff Sputnik V bringt sich in einem Artikel im Spiegel der ehemalige Leiter der Grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung, Ralf Füchs, in Stellung. Sputnik V sei kein unpolitischer Impfstoff, sondern ein Prestigprojekt der russischen Führung. Füchs spannt den Bogen vom Impfstoff zur Ukraine. Zitat Zitat Ende Mit dem Urteil von Füchs über Russlands Handlungen könnte man aber auch treffend die aktuellen Eskalationen des Westens beschreiben. Der Brandstifter spielt Feuerwehr. Abgefeimter geht's kaum. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.